Das stufenlose Getriebe mit dem Schubgliederwand von Bosch für Elektrofahrzeuge kann die Effizienz und Leistung von EVs verbessern. Durch diese Lösung kann der Elektromotor in seinen optimalen Betriebspunkten betrieben werden. Dies führt zu einem geringeren Energieverbrauch. Eine größere Reichweite kann ermöglicht oder die Batteriekapazität reduziert werden. Dadurch kann der Elektromotor verkleinert werden, ohne die Leistung des Fahrzeugs zu beeinträchtigen. Das Fahrzeug beschleunigt schneller, erreicht höhere Geschwindigkeiten, hat eine verbesserte Anhängelast und Steigfähigkeit. Es ist damit für vielfältige Anwendungen einsetzbar. Sanftes Schalten ohne Unterbrechung des Drehmoments macht es zu einer attraktiven Getriebelösung für Elektrofahrzeuge in Sachen Komfort. Mehrere Fahrmodi bieten ein verbessertes Fahrerlebnis. Die CVT für EV-Antriebslösung ist in vielen Anwendungen einsetzbar. Das führt zu einer Reduzierung der Gesamtkosten. CVT für EV von Bosch.